Sie gehen weg wie warme Semmeln, heißt es beim heimischen Hersteller der FFP2-Masken Hygiene Austria LP. Ab 25. Jänner wird das Tragen von FFP2-Masken in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht. Bisher waren sie vielen bei einem Preis von bis zu 9 Euro erheblich zu teuer. Jetzt sollen sie flächendeckend billiger werden. Im Herbst haben wir die Steuern auf Covid-Tests und Impfungen aufgehoben. Nun werden die FFP2-Masken steuerfrei, sagt Finanzminister Gernot Blümel. Die großen Handelsketten Spar, Lidl, Hofer und Rewe wollen die Masken zum Selbstkostenpreis anbieten. Insider sprechen von unter einem Euro. Aus der Wirtschaftskammer hieß es, 50 Cent wären sogar möglich. Einkommensschwache sollen die Masken kostenlos bekommen.